so jetzt mache ich gerade ein video von der nicole hallo nicole hallo ich habe jetzt dein hintere foto oder haare gefilmt dass man das sieht ja ich mache dir schöne human hair als verlängerung und dann werden wir zeigen wie es geworden ist dann zeig dich mal von vorne so sieht nicole aus schöne dichte echte haardresse von uns nicole du hattest ja jetzt sechs monate drin gehabt gell und das habe ich vergessen vorhin zu erwähnen und wie fandest du das so schön zwar sehr angenehm sieht natürlich aus man bekommt viele komplimente von den leuten auch bei den terminen wo man hinkommt ja jetzt sagen mensch was für tolle haare das nicht auch das gemacht ist ja ja schön und dann sage ich viel spaß und bis nächstes mal aber nicht so lange gewartet